Dem Ruf eines Ortes habe ich eigentlich nie widerstehen können. Und dieser Ort, den fand ich so einmalig und der war so evident und hat so viel gezeigt. Von dem, was ich dann mir vorstellen könnte in einem Film mit und über Anselm zu machen, dass ich gesagt habe, jetzt wo es den Ort gibt, kann ich den Film auch machen. Ein gewaltiges, monumentales Amphitheater, über viele Stocken angehebtes Ort. Ein wunderschönes Glashaus, in dem fängt der Film übrigens auch an, mit den 400 Antike, aber auch unterirdischen Tunnel. Dann hat er eine Krypta geschaffen, eine völlig aberwitzige Krypta, eine unterirdische Mythischlandschaft, die diese Gebäude so verbinden können, sozusagen sich durch unterirdische, finstere Gemächer durchzuschlagen, um dann wieder zum Licht zu kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017